so da sind wir wieder hier unser freund ist auch gerade gekommen der Marek mal gucken ob der mit uns sprechen will können wir mal probieren oder mal gucken ob er mitkommt ist das ein spieler? ne so wo ging das denn hier runter da vorne geht es zum beispiel runter so na steuerung ist ein bisschen schwer ein bisschen schlecht aber irgendwie Arschloch der hat mich runter geschubst! hammer das gibt's doch nicht! das gibt's doch nicht! ey da hat er mich runter ich hab noch nicht mal was gedrückt das ist ja sowas von ärgerlich! hammer hammer das ist so ärgerlich man 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 so das ist doch wohl allerletzte man 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 ah ey waren wir schon in so einer schönen stadt gleich wären wir gleich gewesen oh ja haben wir noch was zum verbinden? ne super beine gebrochen geil so und nun? Crouchen wir hier lang geil richtig geil danke Marek echt danke man 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 Zombies kommen jetzt war ja klar das werden wir hier nicht lange überleben ich kann ja nicht aufstehen beine sind gebrochen oh Zombies tötet mich erlöst mich von meinen qualen uff mal gucken gleich fühlen wir hier noch was in den zelten aber ist das ärgerlich nee da ist nix drinne da ist auch nix drinne ey da kriegt da auch einer? oh das ist ein Zombie ne? ja oh man 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 du kannst jetzt aufstehen ja und ich nicht oder was? so viel Zombies hier Mann das ärgert mich richtig warum hat der mich runter geschubst dieses Arsch oh und gleich bin ich tot Mann so schnell bin ich ja noch nie hinter den anderen gestorben Mann man man so ist der Marek noch da oben? Mann man man ey der erregt mich auf hab ich immer noch ein bisschen Blut oder warum sterbe ich hier nicht? Schmerzmittel hätt ich Schmerzmittel hätt ich schon Gilleshute jetzt angezogen extra ja wupp tot oh man ey das ist doch so ärgerlich man 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 nochmal mal gucken ob er jetzt wieder so lange lädt oh jetzt sind nur 32 Leute hier auf dem Server sieht man geht schon ein bisschen schneller oder man 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 ey Ah, dieser Marek, was gibt's denn noch, Manu, Mann, 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 empfange Daten, ja, ist mir klar, ist das ärgerlich, keine Waffe gefunden, nichts, keine Axt, die Axt, oh Mann, 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 ne, los, jetzt auch wieder spielen, Zuschauer wollen hier nicht warten, bum bum bum, tja, Mann, boah, ey, dass der mich runtergeschubst hat, das ist doch wohl, ich weiß nicht, warum der es gemacht hat, keine Ahnung, aber wenn ich den nochmal finde, ich hoffe, ich bin irgendwo in der Nähe von Ciano und hab da eine vernünftige, gescheite Waffe, dann geht's los, bin ich nur auf der Suche nach Marek, ja, bin sauer, aber richtig, das ärgert mich, so, wo spawnen wir, und, im Kamenka, nein, oh, saumäßig weit weg, oh, das ist hinter dem Hügel, oh, nein, na gut, tja, jetzt ist es erstmal nicht mehr so spannend, jetzt werden wir erstmal lange Zeit laufen, ich will jetzt von Kamenka zu, äh, nach Ciano, wenn wir Glück haben, wenn ich's nicht verpeilen, werden wir dann noch, ähm, so eine Army Station finden, wo dann, wenn wir Glück haben, vielleicht ein paar Waffen gespawnt sind, ist aber auch natürlich voll mit Zombies da, alles, aber gut, hilft ja alles nichts, hm, tja, Marek, M4 auch, da hat man bestimmt den Schreiten her, aha, spielt der zusammen mit wem, deswegen hat der mich runtergeschubst, das strangest du ganz toll, was ist hier los, mhm, hm, ja, Samarek, ja, ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das habe ich jetzt aber leider wieder vergessen. Ich weiß jetzt gar nicht was. Genau, Themenvorschläge. Wenn ihr irgendwas besprochen haben wollt hier in diesem Let's Play, schreibt es mal in die Kommentare ruhig rein und dann werde ich das mal aufgreifen und dann werden wir hier so einige Themen besprechen. Lasst euch da was ruhig einfallen. Was ist das da? So. Ne, da müssen wir noch nicht hin. Lasst euch da ruhig was einfallen, irgendwelche witzigen Themen. Karneval, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Seid ihr so die Karnevalstypen oder eher weniger? Seid ihr die, die sich immer verkleiden? Beispielsweise Karnevalssaison ist ja jetzt gerade vorbei. Aber, irgendwas, lasst euch was einfallen. Schreibt das ruhig mal in die Kommentare rein, ob euch das hier überhaupt gefällt oder nicht. Gib mal ruhig einen Daumen hoch und einen Daumen runter. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal machen würdet. Ähm, was ist das da? Hä? Eine kleine Hütte, die kenne ich jetzt noch gar nicht. Schauen wir mal nach. Links haben wir ein Dorf, also habe ich noch nie hier drin gewesen. Ich glaube, die meisten Häuser sind auch gar nicht, ähm, begehbar. So, zum Beispiel sind hier schon mal nicht. Vielleicht finden wir da ja irgendwie eine Axt drin, ne? So, mal schauen. So. Na, natürlich zu. Ist ja klar. So. Na guti, das war's dann erstmal für diese Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, tschö.